Hallo und herzlich willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge von Firewatcher. Wir schauen mal. Oh, oh. Hier war doch gerade irgendwas, was ich noch ansprechen konnte. Oh, ja. Er hörte uns auf das. Oh, ja. 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 Jetzt muss ich mich wieder absehieren, oder wie? Und wer war das jetzt? Das war auf jeden Fall der Vater von dem Kind. So. Dann folgen wir dem Ganzen bis... Okay. Versuche, den Weg möglichst schnell zu nehmen. Hat ihn geliebt. Delilah, ich glaube, es war ein accident. Ich glaube, Ned hat ihn nicht zu tun. Ich weiß, was passiert ist sicher. Ned wollte sein Kind zu sein, dass er die Dinge selber gemacht hat, aber... Brian konnte nicht. Und wie hat das funktioniert, Henry? Ich bin sorry. Gott, es wäre so schwer zu erzählen, die Wahrheit zu erzählen, und ihn verabschiedet hat. Ich kann nicht stoppen, zu denken über das. Ich bin sicher, dass er die Wahrheit zu erzählen, wenn sie dich fragt hat. Du hast ihn nicht zurückgebracht. Nein. Du musst nur leben mit dem, Delilah. Es wird nicht so schwer. Wenn du sagst. Wenn du sagst. D. Oh, fuck. Ist das ein Helikopter? Ich glaube, ich glaube, ich gehe mit ihnen. Ich glaube, ich glaube, ich gehe mit ihnen zu sehen, okay? Ich bin nicht so weit. Henry, sie sind hier. Sie sind jetzt, wunderschön. Bitte. Henry, ich will nicht... Ich will nicht dich treffen, und einfach hier sitzen, in einem Todesfass. Okay? Ich will nicht das tun. Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt hart. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, da dann der Weg, und dann da hoch. Okay, ja doch, stimmt. Jetzt kommt wieder irgendein Gebümmel, was viel zu laut ist. Ich verstehe jetzt aber nicht nochmal die Lautstärke. Hier kriege ich den Das ist ja... Nee? Das ist ja... Ich versuche jetzt... ... Und dann kommen. Ja? Und dann? Das ist ja. Nicht so, das war schon. Die 이것도... Das war schon. Dann... ... Ich versuche das. Und dann schaffbar... ... ... dann kommt wieder... Ja, jetzt laufe ich da hoch, dann muss ich da irgendwo klettern. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt hier, ähm, joa, noch irgendwas passiert, was mir ein bisschen Sorge bereiten könnte. An sich eigentlich ganz süß gemacht. Ich beeile mich, die Laila, ich beeile mich. Fasta. 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 Hallo, ist jemand da? Hi. Ja, es ist mir. Du bist nicht hier. Ja. Ich weiß. Hey, es sollte nicht lange für die Helikopter zu erreichen. Okay. Es ist eine Beobachtung in einer Situation wie diese. Viele Fragen. Ah, shit. So, wir haben einen alten Lookout gefunden, haben wir seine Lieblasche, und entschieden, um ein Lonely Hermit zu sein? Ja. Und wir haben eine Beobachtung? Wir haben eine Beobachtung. Okay, so das ist ein Walsch. Ich werde versuchen, was ich immer wieder zu machen, das nicht das ist. Du bist nicht zurückgekommen? Nein. Und du musst... Ich weiß nicht. Ja. Me neither. Ich weiß nicht was nächstes Mal. Ich weiß nicht was, warum nicht du für mich wählen und ich wähle für dich? Alright. Sure. Um... Maybe... Maybe... You could... Come back to Boulder. With me. And... Figure it out down there. Um... Just... Just... Just a thought. You don't want me down there. Well, I... Just... Asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and... Maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So... So... What about me? I think you should go to Julia. And then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I am. Yeah. You gotta go see her. Would you? Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. She won't even recognize me, Delilah. You're not just going for her. You don't know what it's like. Bad things happen, okay? And you have to... You have to find a way to contain the damage. A good way. Well, hopefully I can figure out a way to do that. Yeah, I hope so. God, this got dark. Oh shit. Sorry. Uh, there's the helicopter. Good. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. You keep it for yourself. Bye, Hank. You too. You don't do this, you too. I've never caught. I'm sorry to go see her last night. You OK? I don't know if I were to many of us. If you aren't there, anybody? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020